Inmitten des dichten Verkehrs von Dakar, der Hauptstadt von Bangladesch, bin ich unterwegs. Es geht nur schleppend vorwärts, die vielen Menschen und Fahrzeuge verstopfen die Straßen. Eine Stadt voller Widersprüche. Armut auf den holprigen Straßen, die immer wieder von Wassermassen überflutet und zerstört werden. Viel Schmutz und Gestank prägen das Stadtbild, doch gleichzeitig wächst in der Millionenmetropole seit Jahren auch die Wirtschaft. Ein regelrechter Boom durchdringt das Land. Nach China ist Bangladesch der zweitgrößte Textilproduzent der Welt. Knapp 4 Millionen Menschen arbeiten in der Textilbranche, 80% davon Frauen. Monatlicher Verdienst etwa 50 bis 100 Euro, so muss oft die ganze Familie arbeiten, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Kritik wird laut, wenn es um Menschenrechte geht. Es gibt viele Verstöße, gerade von Zulieferbetrieben, Kinderarbeit und kaum Sicherheitsstandards zum Leidwesen der Mitarbeiter. Rückblick Schreckliches Unglück im April diesen Jahres. Ein Fabrikgebäude am Rana Plaza ist eingestürzt. Überlebende werden geborgen, doch mehr als 1000 Menschen finden den Tod. Ursache für die Katastrophe sind Baupfusch und grobe Sicherheitsmängel, die verschwiegen wurden. Blinde Profitgier auf Kosten von Menschenleben. Noch heute, Monate später, ist das ein Ort der tiefen Trauer. Ein großer Schutthaufen und zahlreiche Plakate erinnern an das Drama. Dutzende Leichen werden noch immer unter den Trümmern vermutet. Viele Angehörige kommen täglich hierher und versuchen Abschied von ihren Liebsten zu nehmen. Der Schmerz ist groß, niemand will verstehen, warum so etwas Schreckliches geschehen musste. Verletzte, die mit Quetschungen und Knochenbrüchen den Einsturz gerade noch überlebten, sind in diesem Bangladescher Rehabilitationszentrum eingeliefert worden. Einer Spezialklinik für Querschnittslähmungen und Amputationen. Die hygienischen Bedingungen sind zwar nicht mit unseren in Deutschland zu vergleichen, doch hier wird alles Menschenmögliche getan, um zu helfen. Bangladesch ist so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen, jedoch leben hier doppelt so viele Menschen wie in Deutschland. Allein in Dakar sind es 15 Millionen. Die Lebensbedingungen sind äußerst schwierig. Je weiter man in die Elendsviertel von Dakar kommt, wird einem deutlich, was wirkliche Armut bedeutet. In Wellblechhütten leben ganze Familien auf nur 6 Quadratmetern. Sie sind darauf angewiesen, dass auch ihre Kinder zusätzlich arbeiten gehen, sonst hätten sie keine Chance, sich ausreichend zu ernähren. In Plastikfabriken wie diesen verbringen Kinder täglich mehrere Stunden. Gesetzliche Regelungen zur Kinderarbeit werden kaum eingehalten. Hilfsorganisationen wie UNICEF helfen, indem sie Schulen in die Slums bringen. Bildung ist der einzige Weg, aus dem Elend herauszukommen. Doch die meisten Kinder werden wohl dennoch keine bessere Zukunft haben. So verlasse ich dieses Land mit einem unguten Gefühl. Tausend verschiedene Dinge gehen mir durch den Kopf, wie man den Menschen helfen kann. Es wird noch viel Zeit vergehen, bis sich die Arbeits- und Lebensbedingungen hier im Land verbessern. Auf jeden Fall dürfen die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Bangladesch nicht versiegen.